Ein großes Thema dieser Tage für Kabelnetzbetreiber ist das erweiterte Spektrum auf 1,8 Gigahertz. Dieses erweiterte Spektrum ist nötig, um die geforderten Bandbreiten zu übertragen und die von der Industrie genannten 10G-Übertragungsraten zu erreichen. Wichtig ist, dass die aktiven Signale bis 1,8 Gigahertz auch auf Passives treffen, die diese Signale übertragen können. Telesta hat sich die Herausforderung angenommen und hat einen kompletten Range an Passives für 1,8 Gigahertz entwickelt und produziert. Die Herausforderungen, um von 1,0 seinerzeit auf 1,2 Gigahertz zu erweitern, waren relativ simpel im Vergleich zu denen, um von 1,2 Gigahertz auf 1,8 Gigahertz zu kommen. Hier war ein komplettes Redesign der Komponenten nötig. Wir haben auf höherwertige Bauteile setzen müssen. Wir haben höherwertige Konnektoren eingesetzt und mit dem Resultat, dass wir heute auch im Übertragungsbereich bis 1,2 Gigahertz bereits bessere Übertragungsparameter erreicht haben.